Blattläuse oder weiße Fliegen auf Zimmerpflanzen, wer kennt das Problem nicht. Aber wie bekämpft man diese Schädlinge in Innenräumen am besten? Unsere Lizzitan plus Kombi-Stäbchen eignen sich ideal für Tierpflanzen in Innenräumen. Sie werden nämlich ganz einfach direkt in den Wurzelballen gesteckt und die Pflanze anschließend gut eingetzen. Die Anzahl der benötigten Stäbchen richtet sich nach dem Durchmesser des Topfes. Die Stäbchen sind Pflanzenschutzmittel und Dünger in einem und schützen Topfpflanzen effektiv vor den häufigsten Schädlingen wie Blattläuse, weiße Fliege. Dank des Düngers werden die Pflanzen zusätzlich mit wichtigen Nährstoffen versorgt und regenerieren sich so schnell vor dem Schädlingsbefall. Die Kombi-Stäbchen bieten bis zu vier Monate Schutz und erfassen auch versteckt sitzende Schädlinge, wo die Wirkung bereits in der ersten Woche sichtbar ist. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.quizta-garten.at